Seid herzlichs gegrüßt, meine lieben Brüder und Schwestern, zu Doomsday Last Survivors. Und ja, haha, ich melde mich seit langem mal wieder hier und zwar, weil, ja toll, ich hab's heute gerade eben geschafft, hier das Hauptquartier auf Stufe 20 aufzuleveln. Und da wird die fünfte Truppe freigeschaltet. Und jetzt habe ich hier fünf Truppen, jetzt habe ich die gleich mal losgeschickt, hier und man hat auch in der Arena dann, hier in der Arena von Doom, ja, ich kann jetzt nicht reingehen, aber da ist auch dann die fünfte Truppe. Wunderbar, Wahnsinn. Und warum habe ich das so schnell gemacht? Also, ja, weil es kostet im Moment alles nur halb so viel. Guckst du, nee, jetzt wieder weg, oder wie? Das war gerade eben noch, dass alles nur halb so viel Rohstoffe kostet. Wieso ist das jetzt wieder weg? Weiß wieder keiner, hä? Gerade eben war noch alles halb so viel. War durchgestrichen und dann die Hälfte. Und jetzt ist es wieder weg. Aha, geht das nur, ja, das war jetzt zwei Tage lang oder so. Keine Ahnung wieso. Und jetzt ist es wieder weg. Na, jedenfalls konnte ich dadurch jetzt hier mein Hauptquartier auf Stufe 20 aufmotzen. Und, ja, jetzt habe ich alle rausgeschickt zum Sammeln, weil Sammeln, du musst sammeln wie blöd. Also eigentlich ist es mehr so ein Sammelspiel, weil sonst kannst du hier nichts machen. Aber jetzt willst du mir mal schauen, was bei Allianz wieder, muss ich wieder was spenden hier. Warte, jetzt wollen wir mal schauen. Und zwar, ich habe jetzt fünf Truppen. Fünf Truppen und das heißt hier bei der Kampagne. Jetzt warte, ich schaue bloß gerade mal schnell hier. Äh, ja gut. Und, ähm, bei der Kampagne. Das Z-Virus-Abenteuer, da nutzt man das nix. Die fünfte Truppe, da komme ich im Moment nicht weiter. Da bin ich hier bei sechs von zehn, bla bla, und ich komme noch nicht weiter. Da muss ich, die drei besten Helden sind noch zu schwach. Und leider ist im Moment meine, meine beste Heldin hier, das ist, ist die Maxime. Und da habe ich leider Beförderungsstau. Also ich bin da erst bei 48 Prozent. Also ich kriege die jetzt nicht über die 50 gebuppt, weil mir fehlen natürliche unendlich. Viele, das dauert jetzt unendlich. Und, naja, den, den könnte ich noch und dann den halt noch. Aber das ist dann 2,7 Millionen, nicht 1,000, nicht 200.000, sondern 2,7 Millionen. Bis du da mal eine Stufe aufsteigst, guckst du. Also das ist hier ein Millimeterchen. Äh, also ich komme da nicht. Aber was wir weitermachen könnten jetzt mit der fünften Truppe, wäre die Gedächtnis. Achso, ja, nee. Oh. Ach, äh, nee. Doch, das nutzt man auch nix. Weil, oder? Das, die, die, die fünfte Truppe ist da leider nicht. Die ist erst, achso, das nutzt man auch nix. Ach, du Scheibenperster. Das kommt ja erst ab, ab, ab 40 oder das, äh, das hängt jetzt nur davon ab, auf, ach Mist. Ich dachte, jetzt hätte ich da wenigstens zwei Meter machen können. Achso, ein Mist, aber auch. Na gut, wenn wir jetzt schon mal dabei sind, probieren wir es einfach mal. Ja, siehste, gesperrt. Also ich hab hier nur so viele Truppen, das ist erst, wenn, Etappe 37, siehste, da hab ich nur drei. Also da hängt die Anzahl der Truppen ab von, das ist auch ne blöde Musik hier, äh, hängt ab von, welcher, welcher Stufe du da gerade bist. Scheibengeister, ich dachte, jetzt könnte ich da noch ne Truppe rein. Was ist denn eigentlich, Tappenvorschau? Tappenvorschau. Da sieht man auch nix sehr viel. Na gut, äh, zurück. Na gut, damit man, ja, großer Vorteil, das kannst du da am Knie rumwickeln. Na gut, machen wir es mal, den mehr Rumpen, okay, wo, dringend, Auto hab ich eingeschaut, komm, ihr sollt da alle hingehen. Ihr sollt da alle hingehen. Ähm, hab ich da jetzt nur drei, auf die Scheiben, krass. Ähm, ja, gut, schauen wir mal, ob wir da zwei Meter machen können. Hier, hallo. Ähm, ja, nöde Musik hier. Ich spiele immer ohne, also ich, ich höre die Musik gar nie, weil die ist über den Kopf herauf, den setze ich extra nicht auf. Also ich, brauche mal, jetzt höre ich mal die Mühe zu. Ah, da kann man was einsammeln, jetzt warte. Lassen wir die noch, und da hinten ist der Obermacker. Jetzt warte, jetzt müssen wir die, müssen die hier noch ein bisschen abgarten. Und dann haben wir da was, meinst du, Reiswein oder was ist da immer? Irgendwie Mist, jetzt warte. Jetzt muss ich dann, oh, Edelsteine, komm, die Baffe nicht. Oh, jetzt kommen die Nächsten. Jetzt kommt, jetzt gehen wir alle da hin. Äh, gut, schauen wir mal, vielleicht kriegen wir das, ja, die Baffe. We must be careful, wir müssen vorsichtig sein, na ja. So weit hab ich's auch schon. Kaffeepause, ich glaube, ja, die könnte jetzt alleine arbeiten. Ja, 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 ja. Oh, jetzt kommen alle, alle da rüber gehen, komm her. Let's go, jetzt haben wir einen Abmarsch und ein bisschen Spaß haben. Sehr lustig, also ich hab, endlich, I'm ready. Let's go, Sam. Ich bin, let's go, Sam, ah, let's go, Sam ist überziehen, hier hat ich überziehen. Äh, was passiert eigentlich, wenn man da draufkommt? Ach so, dann kann man den auswählen. Ah ja, wenn einer gut ist, muss ich den ein bisschen zurückziehen, dann, ach so, ja, ja. Na gut, ich lern ja immer dazu, ich hab das Spiel immer noch nicht kapiert. Tun wir einfach mal eindeutig, hey, ob krieg ich das hier gemacht? Sag mal, krieg ich das hier gemacht? Ich kann's, nein, Entschuldigung, ich kann, äh, nee, darf ich nicht gar, ich darf gar nichts sagen. Entschuldigung, du husten. Husten, 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 husten. Oh, wir leben alle noch, wir leben alle noch, wir leben alle noch, ne, ne, und der gleich nicht mehr. So schaut's aus, so hab ich das gern. Oh, da ist eine schon rot. Äh, nee, wir schaffen's, wir schaffen, wir schaffen, yes, we can. Matsch, aber so, oh, der Raubtierwolf, scheier. Ja, alter Schwede, den Raubtierwolf haben wir aber, dem haben wir es aber gezeigt heute. Gut, okay, Moment, Sekunde. Hm, jetzt schaffen sie. Schau her, alle drei Sterne, die hab ich so gerne. Was kriegen wir denn? Eins Sternchen, ein güldenes Putzle und alles mögliche. Na gut, das kann man mal so stehen lassen, halt, ha, hallo. Jetzt warte mal, wieso hab ich jetzt hier so abgeräumt, äh, wieso hab ich jetzt hier so abgeräumt? Da müssen wir jetzt mal die anderen wiederholen, komm her. Äh, du kriegst hier, äh, du kriegst ja jeden Tag für jede drei Sterne Ding, kriegst du, äh, kriegst du diese Dinger hier. Aber nur, wenn's drei Sterne sind und da ist nur einer. Jetzt, pass auf, jetzt versuchen wir mal, ob wir den noch rausforschen hier, komm her. Wieso bin ich da plötzlich jetzt so gut gewesen? Kann mir das nicht Ding, 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 kann mir das einer erklären? Kann mir das einer? I know how to avoid them. I know how to avoid them. Ich weiß, wie man das so weit hat. Ja, toll. Sag's mir vielleicht auch mal. Ja gut, den kriegen wir weg, oder? Den kriegen wir weg. Und alle noch, oh, jetzt, komm her. Äh, jetzt müssen wir da aber rüber, warte schon. Ist da nicht links, da ist noch ein, komm her, da müssen wir noch einen abholen. Da müssen wir noch einen abholen. Da ist aber so ein Edelstein, oder? Weg. Ein, gar nix. Ein, was, Fett? So schön. Gibt's nicht das Vater für? Nix. Ähm. Quadratischer Sprüer. Äh, gigantischer. Ich bin quadratischer. Komm, du sollst alle da rüber gehen. Komm her. Äh, was ist denn das? Ich hab wieder Sägegeben kann. Ne, das ist der Unspannungsmast. Komm her. I'm coming over. Ich komm gleich wieder zu dir. Und Kaffee Pause. Oh, den haben wir aber weg hier. Aber sowas. Ey, wieso bin ich plötzlich so gut? Hm. Weil noch einer kommt. Ja, hab ich mich zufrieden. Weil noch einer kommt. Komm her, wir müssen es auf Zeit auch noch schaffen. Wir haben, äh, wir müssen es auf Zeit auch, äh. Ne, das gab es, das schaut aber noch nicht. Na ja, ich hab mir das, das passt gar nicht. Schaut gut aus. Kann man lassen. Geht's noch? Alter. Ey, wieso bin ich plötzlich so gut? Weißen seiner. Da krieg ich ja morgen gleich noch mehr. Aber so, aber, aber platt wie Oskar. Äh, ja gut, da müssen wir das andere auch noch mal kommen. Ja, hab ich, äh, die anderen hab ich alle schon, gell? Die haben vor sich, vor sich, die anderen hab ich schon alle. Die anderen haben alle. Die, da hinten hab ich schon, nicht, dass wir noch einen vergessen haben, gell? Nicht, dass wir noch einen vergessen haben. Da geht's nicht weiter. Na gut, da, oi, oi, oi. Dann machen wir aber noch den, jetzt komm her, da, das ist der Nächste. Dann machen wir jetzt noch den, komm rein. Äh, Sterne, bla, bla, raus, komm rein. Ah, mit, ah, nee, das ist mit Rakete. Ach, du Scheibenwäser. Da weiß ich immer nicht, wann soll ich, wann und wo soll ich die schmeißen. Schmeißen wir mal eine, komm gleich mal da rein. Und dann, komm, du sollst da reinschmeißen. Dann eine da rein. Und dann war's das, oder wie? Jetzt haben wir keine mehr. Na gut, schauen wir mal, wie das ausgeht hier. Wie viele Sterne, ja, da schon vorher weiß keiner. Äh, naja. Ja, schaut da aber noch gut aus, schaut das gut aus. Ja, das ist gut aus. Ja, doch, sieht das gut aus. Oh, nee. Schau, schau, schau. Auweia, die Chris ist schon, nee, der ist auch gelb. Die Chris ist schon gelb. Nee, rot, jetzt ist die rot. Alter, die muss überleben. Jetzt warte, jetzt muss ich die Chris mal wegziehen. Weil die müssen alle überleben. Alle Helden überleben, komm rein. Du sollst da mal weggehen. Komm her, komm her. Zwei Sterne, wir haben noch zwei Sterne. Und jetzt, bitte hau die mal rum. Ja, komm rein. Der ist gelb. Und du bleibst da, genau. Du bleibst da. Oh, der Charlie ist schon. Nee, das haut aber, das haut aber. Aber sowas, komm rein. Das, oh, ach so, die ist weg. Das haut da rein, komm rein. Da komm, jetzt komm. Höchstens noch Zeitfaktor. Komm her, Alter. Alle drei Sterne. Ich werde nicht mehr. Das haben wir aber weggemacht. Ja, komm, jetzt machen wir aber noch ein. Jetzt haben wir aber, jetzt haben wir aber, jetzt passen wir auf. Jetzt fehlt nur noch der da. Jetzt machen wir den auch noch. Ah, ja, gut. Alle dahin gehen, bitte. Alle dahin gehen, bitte. Da gibt's was zum Einsammeln. Na gut. Und da hinten ist der Noah, Heini. Na gut. Schauen wir mal. Ähm, komm, mach hin. So, jetzt, das nehmen. Jetzt müssen alle, alle da runter gehen. Was haben wir denn da? Was mit Soße? Was heißt das, was war denn das? Was haben wir denn da? Oh, da kommen die Nächsten. Ja, könnte aber... Oh, also... Oh, jetzt kommt da schon der Picker. Ja, nee, schau aber gut aus. Oder? Das ist gut, aber mir steht da nicht so. Alter. Äh. Ja, da kommt keiner. Kommt da noch? Nee, da kommt keiner mehr. Aha. Oh, das ist der mit dem Propeller. Und äh... Ja, 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 naja. Schaut ein bisschen wie der aus hier. Ähm... Äh, ui, der hat einen Propeller. Freunde. Freunde der Nacht, der hat einen Propeller. Ähm, gut. Jetzt warten, jetzt warten wir hier. Oh, der Charlie. Charlie ist... Schickt sich an, rot zu werden. Das wollen wir nicht haben. Aber jetzt warten, jetzt haben wir den gleich fertig. Jetzt warten wir. Jetzt müssen wir haben Charlie-Oberkassen. Charlie mal weggehen. Charlie, bitte weggehen. Da müssen sie vielleicht gerade noch kommen. Da müssen sie vielleicht kommen. Oh, der geht zum Charlie. Okay, der Idiot. Du sollst weggehen. Ah, jetzt kommen wir. Alter. Oh, nee. Aber voll in die 12. Komm her. Jetzt machen wir den auch noch. Komm her. Jetzt probieren wir den. Gerade mal zum Spaß. Komm her. Ihr sollt alle da hingehen, verdammt. Ah, nee. Nicht so weit. Warte, hoppla. Ach, weil der da quatscht. Ja, jetzt warte. Warte, warum quatscht der? Was quatscht die da? Hey, ich will weiterspielen hier. Ach so. Jetzt, komm her. Wo, was? Wo, wie? Wer? Hä? Da sind wir noch einer. Da läuft uns einer nicht bei ihm. Na ja. Na gut. Weiß ich nicht. Ob wir das jetzt noch schaffen können? Oh, wei, wei. Ja, weil der da dazwischengepratscht hat. Der hat den. Ich dachte, das sieht gut aus. Hat da wieder einer so einen Propeller oder nicht? Äh, einen haben wir gleich. Einen haben wir gleich. Ich hoffe. Aha. Einen haben wir schon mal. Ähm, ja. Na ja. Sieht doch fast gut aus. Ähm, darf ich mal erzählen. Wieso bin ich da plötzlich so gut? Habe ich meine Truppen inzwischen so gut trainiert oder so? Meine Ahnung. Oh, der Charlie wird schon wieder. Wo ist der Charlie? Ah, nee, Charlie. Wo ist der Charlie? Äh, Charlie, geh weg. Charlie, geh weg. Äh, der läuft ihm hinterher, oder? Nee, die andere, die Maxime, ist auch schon wieder. Ach, du. Ah, nee, der Charlie ist hin. Na gut, aber wir schaffen es wenigstens überhaupt mal, oder? Schaffen wir das überhaupt mal? Oh, wei, oh, wei. Oh, 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 oh. Na gut, fürs erste Mal. Fürs erste Mal. Ja, ja, oh, wei, ja. Fürs erste Mal könnten wir es vielleicht schaffen. Immerhin. Oh, wei, ja. Der ist aber abgeführt. Ja, alter. Alter, schede. Die Luxin ist gleich weg hier. Na ja, dann müssen wir noch die Chris am Start hier. Oh, wei. Nee, das ist ja auch abgeführt. Na gut. Also, dann machen wir dann Pause. Jetzt warten wir in der... Schauen wir mal. Oh, wei, ja. Sieht doch nicht gut aus. Na gut. Gut. Lassen wir die mal noch ein bisschen hoch. Oh, wei, ja. Ein bisschen arbeiten hier. Nee, das schaffen wir nicht. Nee, au, die ist schon gut. Au, nee. Nee, das schaffen wir nicht. Ja, da können wir gleich rausgehen, oder? Alter. Können wir uns nochmal in die Gegend anschauen? Das ist Ende. Hä? Gut. Ja, komm, mach hin. Also. Gescheitelt. Jetzt haben wir natürlich was kaufen. Nee, brauchen wir nicht. Okay. Okay, Freunde. Dann haben wir das mal. Dann lassen wir das mal. Ja. Ja, da ist es wieder gut. Ich weiß, dass wir da schon wieder zusammenbrüfen. Ähm. Okay, Freunde. Dann war es das für heute schon mal wieder. Ähm. Gut. Was haben wir da in der Tasche? Was das ist, weiß ich nicht. Schärfen-Komponente. Keine Ahnung. Oh, Sterne, Sterne. Warte mal, ich könnte ja... Aber das ist, äh... Ja, vier Sterne. Aber ich glaube, da steht was von Glück. Je mehr Sterne, also wenn du fünf, sechs, sieben, acht Sterne, je mehr Sterne du hast, umso mehr Glück hast du da und da kriegst du mehr Punkte oder so. Also wenn du nur einen... Also ich warte mal, bis ich da sechs hab, also bis ich da alle sechs voll hab, dann kriegt man nämlich unter Umständen ein bisschen mehr Punkte. Ah, endlich wieder Ruhe. Ähm. Ja, okay, gut. Dann können wir das mal so im Rahmen stehen lassen. Ich bin hier bei 9, noch was Millionen. Äh. Äh. Missionen. Wagen gerade. Gedächtnisreise. Äh, äh, äh. Also wenn wir die jetzt noch hätten hier... Äh, hätten wir... Äh, 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 äh. Äh, hätten wir wieder... Ich bin immer noch erkältet. Äh, hätten wir eigentlich... Und die täglichen Aufgaben hab ich schon fast wieder. Hätten wir schon fast wieder. Okay, dann herzlichen Dank und dann melde ich mich demnächst mal wieder. Und äh, tschüss, bis zum nächsten Video. Okay, dann herzlichen Dank.